Das Dezember-Gewinnspiel ist am Start und ich verlose eine PS5. Das Gewinnspiel findest du im ersten Link in der Videobeschreibung. In jedem Video ist ein Code versteckt, der dir noch einmal 10 extra Teilnahmen ermöglicht. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wir haben hier das erste Quiz am Start. Länderumrisse auf einer Weltkarte. Und ich bin jetzt schon überfordert. Wir müssen... 20 wurden schwarz eingefärbt. Okay, let's go. Wir fangen an. Mexiko. Dann wird es schon schwer. Polen sehe ich da. Ist das Finnland? Nein. Was ist denn da rechts? Dänemark ist es nicht. Schweden? Ja, Schweden. Mongolei. Ja, perfekt. Papua-Neuguinea. Ja. Perfekt. Was ist das da unten rechts? Das ist nicht Neuseeland, oder? Doch, ist es. Ai, 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 ai. Einfach mal irgendwelche Länder raten. Ich habe sechs gefunden. Ich scrolle mal ein bisschen runter, dann sieht man das auch besser. So, passt eigentlich. Passt eigentlich. Ah, Serbien. Ist nicht Serbien. Was ist denn das Land hier? Warte, ich gehe mit der Maus da hin. Hier. Hier ist noch was Kleines. Ist es Österreich? Nein. Ist es die... Ne, die Schweiz ist weiter rechts, oder? Doch, das war die Schweiz. Lol, lol, lol. Stimmt. Schweiz kann es an Frankreich. Ai, 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 ai. Diese Karte ist auch relativ klein, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Dann sieht man doch nicht so gut. Was ist denn hier an dem Meer für ein Land? Das hier ist, glaube ich... Puh, gute Frage. Mein Hansa, was geht an Swash? Afrikanische Länder. Da kenne ich mich gar nicht aus. Ich kann nur hoffen, dass ich irgendwas noch finde. Naja, das ist nicht Saudi-Arabien. Ich gehe gerade von dem Land hier aus. Dein Kopf ist dead. Dann kommst du perfekt zur Quizrunde. Schreib doch mal rein, was hier die Länder sind. Hier zum Beispiel hier... Bolivien ist er doch, oder? Nein. Okay. Brasilien ist größer, ne? Ich schreibe es trotzdem mal rein. Ne, Brasilien ist größer. Ähm... Algerien ist auch hin irgendwo. Libyen liegt am Meer, oder? Ja, liegt am Meer. Das ist auch keins von denen. Ghana, einfach auf Verdacht. Ich mache gerade nur noch auf Verdacht, ne? Ah, wie heißt denn das eine Land? Ah, ich komme nicht drauf. Ecuador. Nein, auch nicht. Venezuela. Oh, Venezuela haben wir gefunden. Let's go. Bis später, Hunter. Bolivien. Hä? Zeit war um. Oh Gott. Okay, okay, okay. Was haben wir nicht gefunden? Afghanistan. War... Das war der Oman. Das war Afghanistan. Das hier war Thailand. Hiermit zugehörig. Was war das? Aserbaidschan, Rumänien, Chad, Mauretanien, Äthiopien, Angola, Paraguay und Uruguay. Und hier oben haben wir noch Kuba. Kuba haben wir auch übersehen. Ei, 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 ei. Nicht so gut abgeschnitten. Nein.